ok es geht weiter schütze ich hasse das muss man nicht irgendwie verprügeln der zeit was muss man sie nicht mehr haben wir sollten uns auf die stadt zu konzentrieren oder richtig ich will den ganzen stadt und du schöner schatz ich kümmere mich darum okay macht ihr keine sorgen ist schubte mir die fingerwunsch hoch 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 ja das muss echt kommen es muss ich komme die finger hat er aber mal ist es uns das geld machen ist das das du der erste fehler war der erste fehler unterschafft in die stadt zu kommt noch über ihr wo sie schadztruhe wenn die stadt so wieder so bin ich weiß dass du behindert dass ich schon jedes mal da kommt was was weiß dass ich fehler gemacht habe wo sie schadztruhe die kommende unten was du hier ihr schaft verdammte scheiße keine verteidigung eingesetzt willst du jetzt mal okay kommt jetzt kommt muss sie er ist besser als ich also wundert euch nicht wenn das jetzt irgendwie extrem wird übertreiben ich habe lange nicht mehr gespielt wind oder wellen ich lenke uns sicher durch alles hindurch wer ist der navigator dieses schiffes namys zu wollen ok na wir haben wir jetzt auch 15 freunde braucht man dafür ja leute mal braucht ihr 15 facebook freunde um hier durchzukommen facebook freunde sind immer gut hier sieht man in diesem spiel facebook freunde erreicht die stärke schönheit level 12 muss man sein kann man es auch zwar viel empfohlen kann man es macht du wir haben noch ja ob da los geht's leute jetzt kommt skills vom feinsten hallo ich bin so aufgeregt los geht's soll ich denn eine bestellung aufnehmen los geht's ich bin bereit los zu schlagen auf scheiße jetzt muss ich in die ganzen kanacken da kämpfen was denn ich habe ja kanacke von denen da ok man muss nicht der will 12 sein aber das momentan führst du irgendwie obwohl du irgendwie kein getötet hast du mein leben was so ich habe da wird man egal gegen die weg zum bock und gewinnt von der bombe lieber ja okay du hast jetzt mehr leben bekommen aber du hast rausgefunden ich weiß nicht weiß schon dass er sagt wenn ich drauflegen soll was ich immer jetzt kommt hey skills auch schützt in seitdem das soll sterben was wenn du ihn besiegt war sein punkt oder ein problem und tschüss Soll ich Frenkie mal? Ja, drück da dann mehrmals drauf. Ja, noch 30 Sekunden, wie lange denn die Zeit runter geht? Das Essen brauchst du. Warte, hast du sie gerade zerstört? Ja. Man soll kein Essen verschwenden. Nochmal Onigiri oben. Hallo? Bist du unsichtbar geworden für dir oder was? Ach ja, Robin ist so nicht der. Hinter dir. Okay, du hast eiskalt gewonnen. Dann kann ich ein bisschen trainieren, wie man wieder so fangt und so. Vor der epische Musik im Hintergrund. Du hast mich mal in Ruhe, das ist ja egal. Bist du jetzt gerade gestorben? Ja, ich bin eh erst mal. Stimmt. Ich will nur wissen, wie man jetzt da fängt, so alles. Lass mich mal in Ruhe. Ah, ist Fang. Ah, sag und ah, ist dir dann wegschütteln. Ja. Nein, da musst du mit X machen. Hallo, Trul. Nrf einfach, darum, wie sieg ich ihn. Und da mehr Chaos ist besser. Und dann? Komm, einfach mal zum Mokka, einfach so. Ah, okay. Jetzt hab ich sie da raus. Und noch ein Angriff. Ah nein, das ist Spezialgegriff. Scheiße. Verdammt, ich wollte noch Spezialgegriffen. Egal, geschafft hier. Hey, über sechs Punkte gesammelt und so. Und genau so in Sinne sieben. Hm. E-Tems und Support-Moronio. Ist doch wichtig. Ja, okay. Sie sind erstmal unwichtig, wirklich. Sieht aus, als... So sieht also ein Mann aus. Ich habe noch nie zuvor einen gesehen. Warte, kann ich jetzt mit Margarete spielen? Ja. Äh, nein, also ein Hinskampf. Ach so. Warte, wie viele Freunde hab ich jetzt? Hab ich nicht 15 jetzt? Nein, niemals. Das dauert nur. Warte, wieso können wir nicht im Shop, das verstehe ich nicht. Kann ich das auch mal versuchen? Ja, versuch. Ja, mach weiter. Kann der Hintergrund ja bleiben. Oder warte mal. Kurz, Stopp. Ja. Weiter geht's. Meine lieben Freunde, der Kanaken. Ähm, mach mir so. Margarete ist auch gut. Ich guck unten. Da unten links bei denen. Ich weiß ja, aber Margarete, guck mal dir an. Guck. Ja. Alles ist... Ja, nur das... Das braucht man erstmal gar nicht. Und das obere ist so... Naja, aber nimm ja. Warte, wenn... Sie ist als Hilfskarakter auch gut. Aber sie ist Level 1. Danke für deine Hilfe. Heißt das, du wirst mir dann... Ach, Familienschmuck zeigen. Ja, die meinen damit das Ding da, was sie bei... Was sie mal dazwischen die Beine haben. Okay, so geht der andere von mir. Warte, du darfst keine 50 LP verlieren. Okay, du hast es... Du wirst es schaffen. Naja, er ist klar mit... Oh, shit. Ja, wirf ihn doch einfach weg. Es geht darum, dass du die besiegst, oder? Ja. Hallo? Du hast gelähmt wie ein Pilz. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Kannst du mal draufklicken? Ja. Hast du besiegt? Ja, warte. Okay, jetzt muss ich eine andere noch. Welche, den zweiten oder ersten? Den... Den zweiten. Oh, schau, warte. Sollen wir mal gerettet in den... Ich mach' einfach mal so. Hi. Nummer 70% schaffst du auch, oder? Egal, es ist wie ein ganzes Wochengang. Okay. Jetzt können wir zum Job. Machen wir für den anderen. Ja. Jetzt können wir endlich zum Job umkaufen. Runter mit dir. Ja, reichen die meisten Punkte noch mal. Jetzt ist es leicht. Oh, das sind unsere. Lockend. Aber ich muss noch ein bisschen trainieren mit den anderen Charakteren, wenn wir weiterkommen wollen, ja. Ja. Ja, das ist besser. Ja, kein Schaden. Hey, los, gewillt. Bin ich mir so gekriegt. Los, zeige dir. Ist es unheimlich. Oh, du willst erklären. Du musst mal. Das geht mir so. Falk du. Also du musst die am meisten besiegen, oder? Die meisten Punkte, ja. Aufpassen. Okay. Jetzt haben wir die Arschkarte. Das ist ein bisschen besiegen. Ich hab' dich selber umgebracht. Dummkopf. Oh, shit. Nein, nein. Ja, machen wir noch weiter die Kombo. Was steht denn da? Nein, nicht der. Soll wir Funky machen, oder? Okay. Dann kannst du ruhig machen. Machen, Robin. Okay. Okay, jetzt, ja. Oh. Frankie? Ja, brauchst du nicht. Das ist erst mal ein bisschen. Sag einfach Bescheid dann immer. Ich will gucken. Äh, das muss ich gar nicht einsetzen haben. Ich hab' draufgeklickt. Verstand der F noch, was noch? Y und B, glaub ich. Warte, wurde die Attacke jetzt abgebrochen, oder war das alles jetzt? Ähm, die hab' ich eingesetzt. Ja. Wem? Robin? Ähm. Ja, kann doch nicht einsetzen. Ja, ja, perfekt. Wenn nicht, dann nichts. Jetzt auch immer geht's alles schneller. Okay. Jetzt haben wir schon sechs Punkte gesammelt. Wen kannst du noch töten? Zorro, oder? Hm, ja, ist eigentlich egal von jemandem, aber er hat wenigstens nicht so abwiesen. Hat am wenigsten Leben. Du Schwanz! Äh, wenn du dich jetzt umbringst. Äh. Äh, ey, ja, okay, acht Punkte. Warte, das ist nicht jetzt, verdammt, ich kann jetzt nicht ausüben. Hä? Y, da ist ja, ich hab' nur gucken. Egal, Kiste musst du. Egal, fliege jetzt müssen. Ja, ich bin geflogen. Ach, mit Lust, ob soll man das noch machen? Ja, das ist halt nicht das unterste Wichtigste. Dün, 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 dün. Können kurz gucken, was noch mal Y ist? Y? Y? Was willst du denn machen? Diesen Kombo. Hier selber so. Ja, so, ne? Ja, so. Aber erstmal, ich hab' immer so gemacht. Ich glaub' ich hab' die vertauscht immer. So. Ich hab' sich diese gemacht, egal. Ich hab' dann kann man sowieso nicht für Zorro, ja, genau. Kann ich hol'n? Ja. Erstmal gucken. Woher ist man die einfache, so die eine? Okay, von Blitztempo brauchen wir auch. Einschlag ist auch von Lissabda. Da. Achso, ja. Achso, ja. Erstmal das so. Ach, das stimmt. Wie ist, glaub' ich, für beides ist ja da. Okay, doch nicht. Egal, ist das nicht. Schade, dass man nichts verkaufen kann. Was ist denn verkaufen? Ja, so ein paar Sachen mit Schätze oder so, wie man das finden kann. Ah. Haben wir immer noch keine 15 Freunde? Nein. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Erdert uns bei Facebook. Ja, wieso die N? Äh, dich oder was? Ja, oder wie? Ja, wow, wie? Ja, wow, wie? Ich mach' wir, wow, wie ein eigener Account. Haben schon viele. Ja? Natürlich. Sowas gibt es hoffenweise. Freaks. Nie verfügbar. Also, ich mach's eh nichts. Ja, sag' ich ja. Freaks. Lass' dich da auch nicht Spaß dran haben. Ich sag' ja nicht, sag' nur Freaks. Ja, das ist ein Leiden. Nein, die wollen so heißen. Nein. Ich hab' das gelesen. Ja, wow. Wikipedia. Ja, hast du den weiter geschrieben? Ich kann tun, was ab und was immer ich will. Und warum? Weil ich geschrieben. Weil ich schön bin. Komm, ich gehe jetzt 90 Grad nach hinten. Hm, dericke Böste. Du hast mir eben Grundfix, äh, Humer, warum, warum, warum. Aber das ist jetzt vorbei. Ich muss also nur dich, äh, euch Mädels besiegen. Hm. Du wachst die Schlangenprinzessin, Mädel zu nennen. Sie ist das Landtag, Krieger, Amazonen, die stärker ist, schön. Und stärker, Schönheit. Kämpf unerkenne diese Schwäche. Deine. Deine Schwäche. Genau. So, so, so. Okay. Klaus, wir kommen noch bis MP down. Ich glaub' wir kommen noch weiter. Die Dippestole. Scheiße, was hier Essen gegeben. Ich hab' die Spiele so viel. Ja, Bingo-Verteidigung. Leck mich mit Bingo. Ich glaub' ich kann die Geschwindigkeit von den, also vom Spiel auch noch, äh, erhöhen. So viel, aber nein, das ist nicht gut. Das tut mich echt nicht mehr klar. Ja, okay, ich lass' es mal so, ich komm' auch. Oh. Oh. Na, ich hab' die Idee. Ich hab' die Idee. Ich hab' den Gropel wollte ich einfach, äh, ich spiel' da später noch nicht. Oh. Okay, eine Sequenz. Okay. Soll ich der Robin mal einmal einsetzen? Warte, wer ist, dass ich zwei Glippi habe? Wieso ist die da? Die ist unten los! Was ist das? Was ist das denn in dieser Flasche? Kohlensäure, oder was? Das ist ja so eine Artigkeit. Ach so, ich dachte Kohlensäure, deswegen ist es nach oben geflutscht. Ja, das ist auch da drin. Ach so. Warte, du hast weniger Leben als die, ja, weniger. Ja. Das ist Robin. Warte. Verdammt, nicht getroffen. Setz mal, äh, smokey. Oh shit. Ja. Was? 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 Oh, oh, oh. Das Spezialtage gemacht. Hier, du bist dran. Ich hätte vielleicht gewonnen, ich weiß nicht, ob das alles abgezogen wird, aber auf jeden Fall hatte ich sie. Sie macht ne Luft. Dumme Kuh, warte. Verdammt nochmal. Warte du. Warte du, warte du. Komm her. Ihr zeigt dir, was Papa Gauta mit Mädchen gerne macht. Sie hat sich einfach mit nur Gaben dran getroffen. Das ist auch schlimm. Willst du mich verarschen, warum treffe ich dich nicht? Ich weiß, wie schwer ich jetzt sind. Du scheiß Schlampe, was isst du mein... Nein, das hast du nicht gegessen. Ich hab ne Idee. Wenn ich sie mit Glocken getroffen habe, dann setzt du deine Spezialtage rein. Wie geht das wieder? Ähm... Ich... Na... Du musst Kuh da weh drüben. Warte ich... Ich trip ja ohne. Sicher? Ja. Hab ich jetzt trotzdem ein paar ein? Ja. Ist gut. Zack. Smoker. Smoker, ich danke dir. Was heißt das? Drei seufs drei. Okay, wie kann ein Mann meinen Scham nur widerstehen? Ich kann die Existenz an solchen Mannen nicht ertragen. Das reicht, dieser Kampf ist zu Ende. Hitze-Modus? Ey, wie geht der Hitze-Modus eigentlich? Drei ähm... Hitze-Biten sozusagen. Also, Feuer-Biten. Also, Feuer-Biten. Also, Feuer-Symbol. Ach so. Sechs Stück dazubekommen. So. Äh... Weiß. Ja, kannst du machen. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Ich habe ja nix hier fertig bekommen. Nächste Insel. Ja. Impel-Town. Erreiche die meisten Punkte. Luffy. Passt auf, Kinder. Denn ihr kriegt mit mir zu tun. Was? Ich... Oh, ich bin nicht mit dir Level 11. Das ist Level 1. Das ist Level 1. Das ist Level 1. Ey, der wird eiskalt hier... Er wird eiskalt versorgt. Er wird eiskalt verprügelt. Einfach so. Guck. Ach du Scheiße. Okay, schlecht. Mach mal. Mach mal. Ah, Krieger. Ja, guck mal. Ich bin noch versteinert. Die beste Fächte ist von Ihnen. Ähm, unten, rechts, B. Ich werde verprügelt. Ey, ich muss ja nicht... Ich muss ja jetzt nicht leveln oder so. Nein, wenn du Glück hast, kannst du halt nicht gewinnen. Wenn du gewissen Fight Link, ähm, Methoden hast. Ich bin jetzt nicht leveln. Hab ich verloren? Du hast die besiegt. Ihr, guck, kannst du hier rein. Besiegt noch sie ihn nach Haupt. Besiegt sie, besiegt sie. Nein, ich will nicht. Und dann kannst du abkommen. Okay, hau die Ball vorjetzt. Ah. Egal, hau. Okay, na, du musst jetzt ihn besiegen. Wieso? Ich finde, du sollst dich selber umbringen. Bevor er die Zeitpunkte bekommt. So. Guck, guck, sie sind immerhin die Punkte bekommen. Aber ich hab einen Punkt Minus bekommen. Ja, aber letztendlich hätte ich trotzdem Minus bekommen. Verschießt nur? Alles Taktik, der Fight Link. Du verdammtes Schwein. Du musst eben. Die sind. Du hast geschafft, oder? Ja, ich bin der vom. Ich hab geschafft, ich bin der vom. Ich bin der vom. Ich weiß nicht, wie du dir selber umbringst. Egal. Ich bin der vom. Das war, glaub ich. Oh. Oh. Es hat meinungs. Das hat meinungs. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Ja, wir sehen uns im nächsten Part.